So, nach gefühlt 20 Jahren geht's hier weiter. Und das Internet spielt gleich schon verrückt am Anfang jährlich. Ja, natürlich. Ja, also so muss man sagen. Ich meine, wir fangen gerade mit der Aufnahme an und, ähm, ja, ne? Genau. Ja, und dieses Level wird keinen Spaß machen. Weil der Anfang nervt, dass wir das geschafft haben, dann haben wir das Spiel hinter uns. Wow, Internet! Oh Gott! Glaubst du wirklich, dass ich unter den Ständen da oben ankomme? Oh mein, also das ist echt schon... Oh, Left the Game, das ist... Sehr gut. Ähm, ja, okay. Also, die Aufnahme ist top. Ich weiß es nicht. Okay, dann, ähm, bist du schon wieder drin? Äh, ich bin schon die ganze Zeit drin. Ach so, ah, okay. Da stand nur Super Dark World, Left the Game. Das ist doch... Oh mein, das ist perfekt, ja. Also, das ist echt perfekt heute. Timed Out, das ist wirklich gut. Ach, du kommst doch nicht mal mehr rein. Nein. Internet will heute nicht. Ah. Was ist da passiert? Also, wir skypen noch, das bedeutet, mein Internet ist nicht komplett tot. Und meins auch nicht. Richtig, also, irgendeins von uns hat ein Problem, aber es geht. Äh, ähm, ja, dann. Das Einzige, was noch sein könnte, ist, dass Hamachi jetzt die Probleme hat. Oh nein, das wäre richtig doof. Naja, zur Not, wenn das nichts mehr wird, dann kann man immer noch auf morgen verschieben. Connecting. Oh. Oh, 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 ich sehe was. Etwas Grünes. Boah, ich hasse dieses... Nicht ehrlich. Ich glaube, das wird nicht, du backst schon wieder rum wie sonst was. Versuch ins Ziel zu kommen. Das ist doch wirklich. Vor allem, du müsstest nicht mal mehr ins Ziel kommen, weil du hast das verschieben. Ja. Ja, man muss anmerken, als wir gerade die Runde starteten, zum Test, habe ich einfach mal das entschieden bekommen, als hätten wir es schon geschafft. Ähm, ja, das ist interessant. Ich weiß auch nicht, was da kaputt ging. Jedenfalls ist irgendwas kaputt. Heute ist alles kaputt. Richtig. Wenn ich das nicht mehr reguliert, bleibt so weiter ein. Aufnahme heute. Aber das wird, glaube ich, die spartigste Aufnahme von allen, wenn. Ja. So, der Part an dich ist schon... Ich muss mir den unbedingt bei dir angucken, wenn das passiert. Wie bitte? Ich muss mich leider immer mehr kaputt machen, wenn das passiert. Ich muss mir das unbedingt bei dir angucken, wieder so plopp, weg. Ja, einfach so, timed out. Ja, tschüss. Äh, ich hasse dieses Drehding da. Ich hatte das schon alleine am Anfang, obwohl das total unnötig ist, aber ich krieg's gerade nicht gebacken. Ach, komm schon. Äh, ich glaube, ich war einmal unten letztes Mal. Echt? Ja, da bin ich mir relativ sicher. Oha. Ach, komm schon. Also nicht hundertprozentig, aber schon relativ. Hm. Das war knapp. Äh. Ja, geil. Internet vor dem Wind. Wuiiii. Äh. Und nur? Ähm. Time out? Ja, ich merke das. Und die Stacheln haben aufgehört, was zu machen. Das fand ich ganz so schlecht, aber... Ja, das liegt wohl an mir hauptsächlich heute. Also ich weiß auch nicht. Ähm, ja, probieren wir es noch mal. Bald weiß ich, deine Eiferte, dass du wirklich absolut perfekt auskommst. Obwohl ich das eh schon weiß, gerade... Du weißt, sie noch perfekt als perfekt. Wow. Internet will nicht. Time out. Das einzige, was man noch versuchen könnte, wäre, wenn... ...du alles übernimmst. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ja, das ist wirklich gut, stimmt. Äh... Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Fünf Minuten. Haha, klar. Das ist nicht gut. Ähm... Wir können jetzt auch erst mal kurz unterbrechen. Ja, würde ich sagen. Das ist nicht gut, wenn wir das jetzt so fortführen. Dann unterbrechen wir kurz. Oder wir... Wir machen einfach einen Part daraus. Der Chaos-Part. Weißt du, probieren wir es noch mal. Bist du noch drin? Ja. Wir probieren es noch mal. Und wenn es dann noch mal passiert, dann ist es egal. Dann lassen wir... Lassen wir die Parts in der Länge. Das wird doch mal... Ich will schon kommen. Ja, schon, aber egal. Die Frage ist noch wann. Das geht dann. Ja, und jetzt? Ähm... Was macht's noch? Ach so! Versuch irgendwie in ein Ziel zu kommen. Wirklich. Ich war da unten sogar. Grad. Ne, oder bin ja. Ich darf's sehen. Du warst sogar irgendwie in der Nähe des Ziels. Aber... Ja. Das ist wirklich... Das war's wieder. Ne? Doch. Ich muss das jetzt aber vers... Fick dich vorher. Okay. Okay, dann lassen wir das als wunderschönen Part. Und machen dann mit dem nächsten Mal. Ich hoffe nicht. Mit meiner Eraltung, die das besser hat. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Bis dann. Ich bin natürlich...